Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir sind zurück zum Landhausleben-Pack. Ihr seht hier schon unsere Eva. Also im letzten Part sind Dinge passiert. Ein bisschen Licht für die kleine, süße, arbe Eva. Die Eva ist krank. Und die Eva musste ja ihre Enkelin aufnehmen, die sich aber so ein bisschen daneben genommen hat. Unsere Mona. Ne, der Issel. So. Und als die Mona aber erfahren hat, dass die Eva krank ist, ihre Oma, hat sie so ein bisschen vielleicht umgedacht und sich um die Tiere gekümmert. Es ist jetzt Sonntag, 11 Uhr. Falls es hier jemanden gibt, der ganz genau aufpasst. Ja, ich habe meinen Speicherstand nicht mehr gefunden. Den letzten, den wir hatten. Das heißt, es kann hier vielleicht ein paar Differenzen geben zum letzten Part. So. Die, ich und da habe. Die Eva. Die Eva ist immer noch krank. Noch zwei Tage. Ich glaube, sie sieht ja so an sich ganz fit aus. Dann geht sie doch mal ins Krankenhaus. Eigentlich zum Arzt. Entschuldigung. Gehe doch mal bitte. Kann ich hier. So. Geh mal zum Arzt. Lass dich behandeln. Du alleine im Schlafanzug. Ganz genau. So. Während die Mona hier noch ein bisschen pennt. Die hat ja schön gefeiert. Hat sich dann... Oh ja, sie hat ja jemanden kennengelernt. Wie heißt der? Der Jim. Den Jim Heck hat sie kennengelernt. Und die hatten so ein bisschen Beef. Ne, weil er das völlig kacke findet, was sie da mit ihrer Omi macht. Oh, die Trudi. Ist sie zurück? Ne. Da ruft jemand an. Wer, wer ist denn? Jetzt habe ich den, sehe ich den Namen nicht mehr, Maike. Hey Eva, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Avantgardisten beitreten würdest. Was sagst du dazu? Du, ich bin gerade krank. Ich möchte es nicht. Sorry. Vielleicht später. Oh, der kriegt ein Geschenk. Wie schön. Genau. Die beiden hatten ein bisschen Beef. Aber ich glaube, eigentlich findet sie den doch ein bisschen toll. Denn sie hat ja wirklich, sie kam ja zurück von ihrer Party und hat sich dann auch wirklich um die Tiere gekümmert. Hat ihrer Oma geholfen. Und die Omi war das ganz schön. Müssen wir jetzt schon wieder hier ran? Ich glaube, schon. Ich glaube, dann steht sie mal auf. Ne, die Eva hat ja hier unten bestimmt so ein Zettelchen hingelegt, du. Hier sind ein paar vergabbelte Toasts. Ich bin beim Arzt und lass mir ein bisschen Medizin geben. Dann geht sie erst mal auf Klöchen. Und was macht sie dann? Oh, im Kühlschrank ist anscheinend noch was. Sehr schön. Mmh, Schmacko. Schön kalte Makaroni mit Käse aus dem Kühlschrank vom Tag davor. Die hat sie selbst gemacht. Interessant. Sie hat saubere Hände. Wie friedlich und entspannend. Ja, oder? Das könnte ich mir auch vorstellen. So ein schöner Hof. Einfach in der Natur. Keine Menschen. Da ist sie zurück. Hallo. Oh. Also, das ist mal ein cooler Landarzt, ne? Hör mal. So, da kommt sie jetzt hier rein. Oder nicht? Würde sagen, sie friemelt hier gleich in ihrem Garten rum. Nö, sie holt sich auch. Dann lassen wir es so. So, dann quatscht mal ein bisschen. Freut euch, dass wieder alles Tutti Frutti ist zwischen euch. Grüßt ihr euch nicht? Okay, irgendwas müffelt. Was müffelt denn? Könnt ihr auch reden? Mit Eva plaudert. Oh ja. Warum die dafür mal aufstehen müssen, ne? Egal. Oh. Oh, wie schön. Ach, wie schön. Jetzt verstehen sie sich. Herrlich. Und da ruft auch schon der Mark an. Der Mark. Der Vater. Möchte das? Die Mona rüberkommt. Ich glaube, sie wird nicht rangehen. Sie ist, glaube ich, immer noch ziemlich stinkig. Genau. Sie kriegt einen Anruf und, äh... geht erst mal gleich hoch und schlägt ihr Einhorn. Entschuldigung, wer bist du? Nadine Müller. Wir wollen nichts kaufen. Bitte gehen Sie. Ach, die Arme, ne? So viele angestaute Emotionen. So, die Eva geht sich mal schnell die Zähne putzen. Und auf Klöchen. Dann sieht sie doch ganz fit aus. Und die Mona. Ich glaube, sie hat nur neue Freundin gefunden. Sie geht jetzt erst mal hier zu den Hühnern. Können wir... Was steht hier? Leicht schmutzig. Dann doch mal bitte den Stall säubern und Futter verstreuen. Und danach geht's zu Trudi. Füttern und melken und putzen. Und den... Ach, der Stall ist sauber. So, dann kann sich nämlich die Eva... Oh, die fühlt sich ja richtig cool mit ihren blitzeblanken, sauberen Zähnen. Ach stimmt, wir haben ja noch einen Karl. Wir haben ja noch einen Karl. Hallo, Karl. Guten Tag. Hallo, hier bin ich. Süß. Ach man, so einen Arzt hätte ich auch gerne, ne? Einmal für zwei Stunden hin. Alles mögliche in mich reinpumpen lassen und dann... Kann ich hier diese Benachrichtigung ausstellen? Man soll doch nicht sehen, wovon ich immer ein Foto mache. So, ich möchte jetzt hier... Hier war ein Geschenk. Ich möchte jetzt gerne ein Geschenk abholen. Ähm... Ja, Quatsch, Balderbeet. Achso, wir müssen ja noch... Oh. Fünf Objekte finden. Gehen wir da heute mal hin, ja. Da war gerade ein Cupcake. Kriegen wir jetzt ein Geschenk? Oh. Oh. Was ist das? Eine Erdbeere? Was hat sie bekommen? Ich sehe es nicht. Ich kann es auch hier hochziehen, ne? Ich weiß nicht, was sie bekommen hat. Wir gehen nochmal... Äh... Oh. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Eva soeben das Vogelkreuzschnittmuster freigeschaltet hat. Ui, ui, ui. Aber... Wahnsinn. Liest sie ein Buch über Spangere. Liebe in den Zeiten der Stulle. Ja. Wir suchen... Ach Gott, wo war das denn jetzt? Ich glaube, hier haben wir gestartet, ne? Hm. Oh, machen wir einen Ausflug zusammen mit Jermona. Das finde ich schön. Und zeigt sie ihr jetzt mal die Gegend, jetzt wo sie sich so ein bisschen geöffnet hat. Und schwärmt ihr vor, wie schön es doch hier ist. Guck mal hier, mitten im Wald. Seit wann hat sie eine Brille? Hab ich dir eine Brille gegeben? Warum hast du eine Brille? Weil sie gerade gelesen hat, ne? So. Jermona, guck dich um. Überall Wald. Nichts zu sehen. Hier kannst du dich hinsetzen und mit den Vögeln quatschen. Ich würde hier sofort hin, ne? Hier gab es ja auch so einen schönen kleinen Bach. Sie ist einfach so schön. Ich möchte hier hin. Finde es traumhaft. So. Und jetzt war hier irgendwo eine Schokobeere, die sie finden konnte. Kannst du schon mal hier herlaufen? Irgendwo hier drin war was. Da. Aber es glitzert doch. Ich werde die Aufgabe niemals erfüllen, ne? Suche Sammelobjekte im Wald und nimm sie mit. Hier ist auch eine Pflanze, die wir nicht ernten können. Ein paar Pilze können wir auch nicht mitnehmen. Oh, wer ist hier drüben? Gibt es hier noch was? Ne, ich glaube, das war da hinten die einzige Stelle, die wir gefunden hatten. Na gut. Werden wir da nichts finden können. Was macht die Mona? Sie fühlt sich nicht gut, weil jetzt räumt sie hier erstmal auf. Herrlich. Sie hasst es hier, weil hier so viel Müll. So, jetzt hat sie einmal den Wald aufgeräumt und jetzt ist wieder alles süpidupi. Wahnsinn. Im Wasserspielen. Tschüss. Herrlich. Da wird die Mona wieder zum Kind. Vielleicht erinnert sie sich auch ein bisschen dran, dass sie als Kind hier war. Die Ehe verliegt hier auf rum. Ach, ist dies entspannt hier. Einfach herrlich entspannt. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was viel zu finstern. Wir müssen noch ein bisschen was auf dem Hof machen. Wir gehen mal schnell nach Hause. Was hat sie? Sie denkt so viel nach. Von Wolken geblendet. Erholt ist sie. Liebt ist in der freien Natur. Hat immer noch strahlend weiße Zähne. Stimme aus der Vergangenheit. Wegen der Ruin. Eva fühlt sich gestärkt durch die ruhige Kraft der Ruin. Oh. Ähm. No way. Nein. Nein, bitte nicht. Eva hat es bald hinter sich. Macht das Beste aus diesen letzten Tagen. Nee. Das ist noch zu früh. Hä? Ach so. Gelebter Tage 92. Oh nein. Ich wollte noch ein paar Folgen drehen mit dir. Das geht noch nicht. Entschuldigung. Können wir mal so reisen? Da wird mir sonst zu lange. Oh nein. Das kann nicht sein. Da müssen wir was dran rumdrehen. Die Eva kann noch nicht sterben. Das geht nicht. Nach drei Tagen ist... Nee, das können wir nicht machen. Das ist keine Option für uns. 21 Uhr. Wie geht es denn den Hühnerchens? Wir gucken mal ganz schnell, dass die fit sind. Sauber und satt. Sauber kannst du... ein paar Eier einsammeln. Du bist glücklich, sauber, satt und zufrieden. Stall ist auch sauber. Und hier... Futter stand halb. Dann mach mal ein bisschen Futter ran. Und dann ist es auch erledigt. Sehr schön. Sie hat sich hier ganz heimlich ins Büro gestohlen. Was macht sie hier? Im Internet surfen. Ob sie vielleicht Kontakt aufnimmt zu ihren alten Freunden. Jetzt hat sie gehört, dass Eva kommt und jetzt geht sie schnell ins Bett. Klammheimlich verschwindet sie jetzt ins Bettchen. Ja, der geht mal ins Bettchen. Los, los. Okay, wie sieht es denn aus? Ihr seid beide recht fit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, steht die Eva mal zuerst auf. Geht auf Klöchen. Und dann macht sie ein schönes Frühstück um 3 Uhr morgens. Das wäre ich auch gerne. Ich gehe um 22 Uhr ins Bett und wäre um 3 Uhr nachts ausgeschlafen. Ich hätte gern Frühstück. Frühstück? Eier und Toast. Machen wir eine große Größe. Und wenn das Bad frei ist, da hätte ich die Mode auf. Hush, 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 hush. So, aber auf Klöchen. Einmal duschen. Und wenn sie fertig ist, dann sind auch die Eier und Toast fertig. So, dann nimmst du dir nämlich auch ein Tellerchen. Oh, wie hübsch sie sich gemacht hat für den Tag heute, ne? Hör mal. Einfach bezaubernd. Und da sitzt sie so. Hörlich. So, und bevor jetzt hier wieder alle aufstehen. Und zwar möchte die Eva jetzt die Mona dazu überreden, vielleicht heute doch zur Schule zu gehen. Finden wir hier was? Und fragt doch erst mal, wie ihre Nacht war. Das können wir zwar nicht machen, aber... So, und denn? Ne Überpflichten belehren. Vielleicht. Wird es jetzt in die Hose gehen? Warum ist die Interaktion jetzt weg? Och, meine Güte. Denn macht hier meine tiefgründige Unterhaltung. Wie steht ihr zueinander? Wir können ja mal über ihre Träume reden. Ähm... Finden wir das noch mal irgendwo. Mit den Pflichten. Ich glaube nicht. Was macht sie mit ihrem Arm? Frag sie, ob sie Kinder haben möchte. Das interessiert. Es ist eigentlich eine freundliche Interaktion, ne? Ich bin offen für die Idee, Kinder zu haben. Das fand Eva jetzt kacke, ja? Und jetzt schlag ihr mal den verrückten Plan vor, dass die Boda heute zur Schule geht. Ne? Stell dir mal vor, du hast so ein Neodreieck in der Tasche und stehst plötzlich... Die Ameise kriegst du ja nicht unter. Das Geld krieg ich da auch nicht unter. Okay, sie sieht eigentlich ganz positiv aus. Lass das aber mit ihren Augen aus. Hast du irgendwas genommen? Entschuldige bitte. Achso, ne, das sah nur von Weitem so aus. Ähm... Oh, oh, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt alt genug, um hinzugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Könntest du mich jetzt bitte wie ein Erwachsener behandeln? Oh, oh. Also, das heißt wohl... Sie wird nicht zur Schule gehen? Und wir können ja nur antworten, du wirst immer mein kleines Baby sein. Tja, tja. Oh, okay. Okay, hätten wir das geklärt? So, und wir haben ja gesehen, sie hat schon ein paar andere Pläne, ne? Sie hat gestern klammheimlich im Internet gegoogelt nach ihren alten Freunden. Ähm, vielleicht... Hat sie sich auch was gesucht, äh, wie sie wieder nach Hause kommen könnte, ne? Man weiß es nicht. Können wir mal alles verkaufen? Pass auf, wir gehen jetzt nochmal... Wir suchen doch mal nach den Schokobären. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann hin. Wir müssen ja auch irgendeine Mission hier in dem Spiel haben. Okay, da sind wir. Ähm. Wo war denn hier... Da. Gibt es heute ein paar Schokobären? Ja, wo war sie denn? Hallo? Hallo? Äh? Da. Ach, immer noch nicht. Was soll denn das? Ich möchte doch nur das Ding da erreichen. Eine Schokobäre haben wir erst bekommen, ne? Die Eva macht doch nicht mehr so lange. Also, ich möchte gern ein bisschen cheaten bei der Eva. Dass wir die noch ein paar Tage haben. Ich meine, sie ist ja gerade erst Oma geworden. Die... Mona ist ja noch nicht mal erwachsen. Die kann jetzt noch nicht von uns gehen. Das können wir nicht machen. Da muss ich ein bisschen... Ein bisschen dran rumdrehen. Ich verstehe es nicht. Ich habe doch jetzt hier mittlerweile alles abgesucht. Aber einfach nichts. Gar nichts. Los. Wir gehen wieder nach Hause. Ach, schade. Ich dachte, ich finde... Oh, die Rechnungen. No. Ähm. Kannst du schnell hierher kommen? Hallo? Bitte hierher kommen. Und dann müssen wir... Ach, nur zwei, sechs. Das geht ja. Simona ist hier schon wieder. Am zocken. Wer kommt da? Entschuldigung. Entschuldigung. Was machen Sie hier? Was wollen Sie von mir? Tina? Gut Tag. Gut Tag. Jetzt bin ich jetzt gespannt, wie das aussieht. Jetzt gehen wir das erste Mal ins Wohnzimmer. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas hier bleibe? Wie war dein Tag? So schleichen die sich hier rein. Was ist passiert? Hat sie sich gestochen? Oder so? Weiß es nicht genau. Oh, jetzt kommt die Mode hierher. Und guckt sich an, was sie macht. Willst du das auch machen, Mode? Gucke bei. Warum... Sie macht einen Regenbogen. Ja, ja. Ach, wie schön. Was ist denn los mit den beiden? Irgendwie, ich glaube, die finden das nicht so cool. Was hat sie schon wieder... Oh, sie muss auf... Oh Gott. Oh, meine Eva müssen wir aufpassen, ne? Dabei sind die doch jetzt... So, sie ist gelangweilt. Ne, sie ist... Mona ist gelangweilt. Okay, ich glaube... Was möchtest du von uns, Tina? Ihr müsst alle mal auf Flüche... Okay, passbar auf. So. Dann hören wir jetzt auf zu sticken, wenn das eine längere Angelegenheit wird. So, ihr geht mal auf Klo. Die Eva geht auch schlafen. Die Mona hat ein Hüngerchen. Nimmt sie sich noch was aus dem Kühlschrank? Die Reste, die... Oh, wer ruft an? 15 Uhr, Schule ist schon aus. Dann geht die Eva schon um 15 Uhr schlafen. Ach man, ich wollte noch ein bisschen mit dir spielen. Wo ist denn hier ein Bücherregal? Da. So, kleine Bausch. Wir hatten heute einen ganz entspannten Tag. Ich weiß noch nicht genau, was du im Internet da oben gesurft hast. An der Schreibmaschine. Keine Ahnung. Werden wir doch rausfinden, was sie vorhat. Ob sie jetzt sich doch ein bisschen geändert hat. Oder ob sie wirklich einfach nur ihre Oma so sehr mag, dass sie da doch ein schlechtes... Was zur Hölle tut sie? Dass sie jetzt doch ein schlechtes Gewissen bekommen hat und die Omi ja eigentlich mag und... Dass vielleicht doch alles ein bisschen zu hart war, was sie zu Oma gesagt hat. Dass ihr... Guck mal, jetzt wäscht sie sogar ab, ne? Also, da steckt ganz viel in diesem Mädel drin. Aber sie war ja doch im Internet, hat da ein bisschen nach ihren alten Freunden gesucht. Und, äh, wer weiß, was sie dort noch getan hat. Und ihre Klamotten passen ja immer noch nicht richtig hier rein. Ne? Und eigentlich, wie man sieht, ist sie ja in diesem inneren Konflikt. Sie geht jetzt hier wieder hoch... Und schlägt ihr Einhorn. Und ich möchte meinen... Ganz genau. Ich möchte bei, dass sie jetzt auch heute Abend wieder... Ich kann mich nochmal kurz hinlegen, damit es hier besser geht. Dass wir sie heute Abend wieder in die Bar schicken. Beziehungsweise, dass sie dort wieder hinflüchten wird. Weil, äh, von heute auf morgen... In der Stadt findet das schräge Humor und krasse Späße-Festival statt. Okay, ich würde den Part an dieser Stelle hier beenden. Mal gucken, was die Mona noch so mit uns treibt für... Späße? Mal sehen, wo die Reise mit ihr hingeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen ganz wundervollen Tag. Tschüssi! Ich bin noch ein bisschen Candid. Ich bin noch einig. Ich bin noch einiger. Ich bin noch ein paar Jahre alt.